Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, sehr viele haben das letzte Mal beim Spiel mitgemacht. Und zwar hatte ich gesagt, wenn ihr eine bestimmte Sache bei meinem letzten Foto kommentiert, seid im nächsten Video dabei. Beim ersten Mal haben schon sehr, sehr viele von euch mitgemacht. Das fand ich mega cool. Beim zweiten Mal jetzt auch. Und hier sind jetzt nochmal die nächsten vier Gewinne. Eins, zwei, drei und vier. Wenn ihr das nächste Mal im Video vielleicht sein wollt, dann schaut euch das Video bis zum Schluss an und findet heraus, was ihr fürs nächste Video tun müsst. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Mein Musikvideo ist ja die Tage rausgekommen. Und es war klar gewesen, dass sehr viele Leute einfach einen Daumen nach unten geben, obwohl sie sich das Video noch nicht mal angeschaut haben. Geschweige denn, ihre eigene Meinung haben. Nur weil einer sagt so, öh, das ist scheiße, blablibla, blub, ein anderer YouTuber oder sowas, geben sie direkt einen Dislike, ohne sich das Video anzuschauen oder sonst irgendetwas. Leute, schaut euch das Video an. Wenn es euch nicht gefällt, danach könnt ihr gerne einen Daumen nach unten geben. Aber habt doch eure eigene Meinung. Wenn ihr das Video schlecht findet oder sonst irgendetwas, dann schreibt es unten in den Kommentaren, was genau daran schlecht war, damit ich mich beim nächsten Mal verbessern kann. So, und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Tubauleit. Der hat ein Video dazu gemacht. Wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt, Freunde, legt es unten in der Videobeschreibung. Und zwar zeige ich euch mal eine Stelle. Oh, Alter, ich muss sagen, mit Autotune klingt das gar nicht mal so verkehrt. Was, Jung, ähm, wirklich gar nicht mal verkehrt. Ich will noch mal ganz kurz den Anfang hören. Ich muss wirklich sagen, es ist eine Steigerung zu hören. Es ist wirklich eine Steigerung zu hören. Äh, ich finde seinen Flow viel präsenter, ja. Ähm, es sind für mich zwar immer noch Pausen drin, die ich aber nicht falsch finde. Auf jeden Fall, Tubau, vielen, vielen Dank für die Prop. Wir haben noch mal privat geschrieben gehabt. Er hat mir gesagt, was ich zum Beispiel das nächste Mal besser machen kann. Vielleicht, dass ich das nächste Mal einen schnelleren Beat benutze und so weiter. So was ist es, Leute, wo ich sagen kann, ey, danke dafür, dass ich vielleicht das nächste Mal besser machen kann. Anstatt zu sagen, öh, das ist schlecht, scheiße, fertig so. Sag doch dann, was daran scheiße war, damit ich mich das nächste Mal verbessern kann. Auf jeden Fall, vielen Dank für die Props, Tubau. Was ich an Tubau feier ist, Leute. Er sagt nicht nur, ist schlecht, scheiße oder sonst irgendwas. Und fertig, macht sich drüber lustig. Sondern er gibt einen Tipps, wie man es das nächste Mal besser machen kann. Worauf man das nächste Mal besser achten sollte oder sonst irgendwas. Danach haben wir noch ein bisschen privat geschrieben gehabt. Der meinte zu mir, dass ich mich echt krass gesteigert hätte. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr das Video von Ihnen noch nicht gesehen habt, Links unten in der Videobeschreibung. Checkt es ab. Und Leute, ihr habt ja vielleicht bei FreshTorge den Trailer zu Kartoffelsalat 2 gesehen. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Freunde, dann checkt es unbedingt ab. Ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, Freunde. Denn ich mache da mit. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank, Torge, dafür, dass ich mitmachen durfte. Ich blende euch mal eine kurze Stelle ein. Geht der schlechteste Film der Welt etwa in die Fortsetzung? Victor, alles gut? Victor, was hast du? Oh mein Gott, Victor! Oh nein, es geht wieder los. Los, los, los. Das hat mega, mega Spaß gemacht. Und dadurch habe ich auch noch mal andere Leute kennengelernt. Zum Beispiel Victor, a.k.a. Iblali. Er hat mir so ein Schwimmbad gezeigt in Köln, Leute. Er hat mir das empfohlen. Und ich war dort mit ein paar Kollegen. Ey, das ist so geil, ne? Das ist wie in so einem Paradies. Jetzt jedes Mal, wenn wir in Köln sind, fahren wir zu diesem Schwimmbad, dann ins Hallenbad oder was auch immer. In diese Therme, genau. In diese Therme in Köln. Ist ein bisschen weiter entfernt von Köln. Aber ey, Leute, das ist so, so mega nice. Es hat, wie gesagt, mega Spaß gemacht, da mitzumachen. Und Leute, ihr habt ja bei dieser einen Stelle gesehen gehabt. Wenn nicht, ich zeige es euch mal kurz. Oh, nein. Oh, nein. Diese Kontaktlinsen. Ey, ich stand ungefähr eine Stunde am Spiegel. Victor macht hier einfach so rein. Zehn Minuten später das andere drin. Und ich stehe eine Stunde am Spiegel und versuche irgendwie die Kontaktlinsen reinzubekommen. Das Schlimme war, das war das allererste Mal, dass ich Kontaktlinsen benutzt hatte. Deswegen war das so mega schwer gewesen für mich, die Augen irgendwie aufzuhalten, wenn ich das drauf mache. Und ich mache immer so meine Augen zu, Leute. Es war so mega schwer gewesen. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Dann meine Augen fangen an zu tränen. Ich dachte mir, okay, ich sterbe jetzt. Nach einer Stunde ungefähr habe ich das dann endlich hinbekommen und habe diese Kontaktlinsen in meinen Augen reinbekommen. Und das Schlimmste war es, im Endeffekt die Kontaktlinsen wieder rauszuholen, Leute. Ich muss mir quasi so ins Auge reinfassen und die Kontaktlinsen rauszupfen. Auf jeden Fall wollte ich mich nochmal dafür bedanken und ganz kurz, es gibt sehr viele Leute, die einen hassen, Leute, aber im Endeffekt nicht mal wissen, warum. So, die hassen eine Person für das, was man früher gemacht hatte und hören von einem anderen YouTuber, dass der scheiße ist oder sonst irgendetwas und vertreten dann genau seine Meinung und machen sich nicht mal ein eigenes Bild. Solche Leute checke ich nicht, möchte ich auch nicht checken. Und kommen wir zum Community-Spiel, Leute. Ihr müsst diesmal auf FreshTorges Instagram-Account gehen und kommentiert alle mit Hashtag Kartoffelsalat2, Leute, um im nächsten Video wieder zu sein. Ich pinne mir dann wieder vier Leute raus, die dann wieder hier erscheinen werden. Geht alle rüber auf FreshTorges Instagram-Kanal und kommentiert alle mit Hashtag Kartoffelsalat2, wie ihr es immer bei mir gemacht hattet. Ich verlinke euch sein Instagram auch unten in der Videobeschreibung, friends. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo freuen, Leute. Lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Macht's gut und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.